So, ich bin jetzt wieder live, äh, wenn wir uns jetzt nur die täglichen Quests durchnehmen und nur zwei, drei Stunden, naja, oder es durchspielen, nicht lange. Bussmanns zu töten, äh, Gegenstände zu legen oder halten, äh, Astotik, mach was an. Ja, ich denke, man hört mich, oder? Ich überprüfe das noch schnell. Also, naja, okay. Ah, würde das Spiel nicht so süchtig machen. Wahnsinn. What the fuck? Ach, nö. Komm, jetzt nicht so ernsthaft, oder? Okay, ich hab das Problem. Das ist scheiße. Gott, ich will doch nur mal in Ruhe, ein bisschen, naja. Ja, nee, Katastrophe, was du gerade... Die Gäste werden in 10 Sekunden öffnen. Dann muss ich nach der Rando wieder beenden. Die Gäste werden jetzt öffnen. Und dann playst du gut. Ich bin Argu, ein bisschen weiter apply. Okay, ja, wir wollen einfach weitergehen. Ja, das ist gut. Das war's. Angst, ey. Oh, ey, so kann ich nicht spielen, ey, zuhörder. Ne, tut mir leid, gerade kriegt das nichts. Ich muss nochmal mein Internet neu verbinden und dann hoffen, dass es wieder richtig funktioniert. Seh ich, warte. Moment. Moment.